Es stimmt, im Vatikan, da ist der Teufel los, aber wissen Sie was? Seine kleine Schwester regiert dafür in Berlin. Übrigens, Frau Merkel, gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe. Nein, ernsthaft. Der einzige Nachteil ist, es kostet nur 300 Euro. Also die Puppe selber kostet nach wie vor 20 Euro, aber richtig teuer sind die 40 Hosenanzüge.